Ist diese Aktion jetzt von Marvel und Vivi der Durchbruch für die Plattform selbst mit eigenen Comics, die sie rausbringen werden, in Zusammenarbeit mit Marvel? Und als nächstes haben wir auf jeden Fall alle Drops zu New York Comic Con zusammengefasst, sowie auch noch Drops, die jetzt gestern erst angekündigt wurden. Das und noch sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Käpt'n und heute wieder zurück hier im alten Studio. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig heute auf dieses Video, denn wir haben auf jeden Fall eine Menge, Menge Informationen, die wir durchgehen müssen. Deswegen bleib wirklich unbedingt bis zum Ende des Videos mit dabei, um jede Information und auch jeden Drop auf jeden Fall mitzubekommen. Es wird auf jeden Fall spannend und deswegen würde ich jetzt auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit dem spannendsten Thema überhaupt und was gestern Abend im Twitter Space angekündigt wurde. Und zwar nämlich das erste Vivi Physical Variant Cover in Zusammenarbeit mit Marvel. Es wird ja unter anderem auch die ersten Viertel Comics geben in Zusammenarbeit mit einem anderen Artist Team. Aber wir sehen jetzt hier in dieser Stelle eine Zusammenarbeit mit Marvel und Vivi, was das Thema Comics angeht und was physische Comics angeht. Und da wird es tatsächlich sehr, sehr spannend, wie ihr vielleicht auch hier schon seht. Wir sehen hier das Superior Spider-Man Returns aus dem Jahre 2023, Hashtag 1. Und wir sehen jetzt hier auch schon auf diesen Covern die Front und hinten drauf einmal natürlich der Superior Spider-Man und hier unten dann Vivi. Und das ganze Physical Comic hier wird unter anderem auf der Neocomicon verkauft werden. Ob es jetzt auch in den Läden landen wird, das ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist nichtsdestotrotz ein sehr interessanter Schritt, den hier Marvel mit Vivi zusammen geht. Denn das könnte tatsächlich auch ein Schritt in größeres Marketing sein. Denn diese Comics werden wahrscheinlich nicht nur von Vivi-Liebhabern gekauft, sondern auch natürlich von Comic-Fans bzw. allgemein Marvel-Fans. Und das könnte natürlich sehr interessant werden für die App selber, wenn hier die Leute sehen, okay, was ist denn diese Vivi-App? Dort kann man zum Beispiel noch weitere Comics finden und sammeln und auch teilweise exklusive Cover sammeln, wie zum Beispiel dieses jetzt. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, was für Auswirkungen das Ganze haben wird. Jetzt haben viele Leute eine deutlich größere Sache erwartet. Ich bin aber ehrlich gesagt bei dieser Sache etwas unschlüssig, ob man das hier als einen riesigen Erfolg verbuchen kann oder ob das Ganze eher ein Flop ist und eher für die Vivi-Community interessant ist. Einfach weil es das erste physische Comic in Zusammenhang mit Vivi und auch Marvel ist. Das werden wir aber meiner Meinung nach erst in der Zukunft herausfinden können, was für Auswirkungen das hier wirklich haben wird bzw. werden wir dann auf jeden Fall auf der New York Comic Con sehen. Ich werde dich natürlich hier auf dem Laufenden halten, falls es dazu etwas Neues geben sollte. Für die Leute, die auf der New York Comic Con sind, was wahrscheinlich ziemlich wenig sein werden, aber schauen wir uns auf jeden Fall trotzdem nochmal ganz kurz die Preise für diese Comics an. Es gibt insgesamt zwei Variants. Einmal hier das Spider-Man Comic, das Standard-Variant-Cover und dann haben wir hier noch einmal, ja, im Prinzip die Virgin-Variant. Einmal hier ohne Text und einmal mit Text. Das mit Text kostet 20 Dollar, das Ganze ohne kostet 50 Dollar. Ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer, muss man einfach ganz klar sagen. Wir wissen aber auch nicht, was für eine Editionzahl die Comics hier haben werden. Es könnte ein sehr, sehr niedriger Run sein von den Editions. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich dort was bekommen werde. Ja, und werde euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn es dazu etwas Neues gibt. Ich werde auch versuchen, so viel es geht, dort zu Livestreamen, um euch einfach mitzunehmen auf dieser sehr, sehr coolen Comic Con dieses Jahr. Und ich würde sagen, wir bleiben auch direkt bei der New York Comic Con und gehen zu den nächsten Drops über, die wir auf der New York Comic Con sehen werden. Denn das sind wirklich eine ganz schöne Menge, muss man wirklich sagen. Wir haben hier als ersten Drop das X-Men-Poster zum 60. Jubiläum. Das Ganze wird hier eine Editionzahl von nur 600 Stück haben, beziehungsweise Public Editions nur insgesamt 510. Außerdem wird das Ganze einen Listenpreis von 30 Gems haben. Für mich persönlich definitiv einen Drop, den ich mitnehmen werde. Der wird nämlich am 12. Oktober, das heißt am Donnerstag um 17. in deutscher Zeit, stattfinden. Nämlich persönlich definitiv einen Drop, den ich mitnehmen werde, weil wir es mit einer Secret Rear zu tun haben zum 60. Jubiläum, außerdem von Ankenne X-Men und wir eine sehr, sehr, sehr niedrige Edition haben, beziehungsweise der Preis hier auch für dieses Poster ist eigentlich völlig in Ordnung. Kommen wir zum nächsten Collectible und das ist Kingpin, ein ja sehr bekannter Charakter aus der Serie Daredevil. Das Ganze wird ein Ultra Rear sein und einen Listenpreis von 40 Gems haben, außerdem eine Editionzahl von 2444 Stück und natürlich auch eine First Appearance sein. Hier für mich persönlich ein Skip an dieser Stelle, weil ich mit diesem Collectible sehr wenig anfangen kann. Als nächstes haben wir dann hier Ankenne X-Men, Hashtag 1 aus dem Jahre 1963 und das ist mit einer der stärksten Comics, die wir so auf Vibi momentan dann auch haben, denn wir haben hier nicht nur den First Issue in einem X-Men Comic, sondern auch ein Dutzend First Appearance, die sehr, sehr wichtig sind im X-Men Universum, wie zum Beispiel Magneto. Wir haben hier zum Beispiel auch Beast, Jean Grey, Kalypso, Iceman Professor X und noch sehr viel mehr. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Buch. Das ganze Comic selbst wird einen Listenpreis von 20 Gems haben und am 14. Oktober, das heißt am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das ganze hier mit einer Editionauflage von 10.000 Stück. Für mich definitiv ein Drop, den ich mitnehmen werde. Und hier auch nochmal ganz kurz die Daten von GoCollect. Für die Leute, die es im letzten Video nicht gesehen haben, wir sprechen hier wirklich von einem sehr, sehr starken Comic. In der 9.6 wurde hier für knapp 600.000 erst letztens verkauft. Also man sieht definitiv, das ganze ist ein sehr, sehr starkes Comic und dementsprechend für mich definitiv kein Skip, sondern definitiv werde ich dieses Comic mitnehmen. Als nächstes geht es weiter mit X-Men und Professor X sowie auch Magneto. Beide werden hier als einzelne Collectibles droppen, ganz, ganz wichtig. Und zwar nämlich am 15. Oktober. Der Professor selbst wird hier einen Listenpreis von 40 Gems haben und eine Editionzahl von 2.666 Stück, außerdem natürlich auch eine First Appearance sein. Das gleiche gilt hier dann auch für den Magneto. Beide sind übrigens animiert. Und wir haben beim Magneto eine Editionzahl von 2.888 Stück und natürlich auch eine First Appearance. Definitiv interessante Jobs für mich persönlich ist der Magneto bzw. Professor X Drop ein Skip, einfach weil ich persönlich damit sehr wenig anfangen kann. Eventuell hole ich mir das aber tatsächlich auf dem Markt irgendwann später nach, falls die Collectibles wirklich dann auch nochmal in Augmented Reality deutlich besser aussieht. Ansonsten erlebt Tokidoki ein Comeback auf der Vivi App und das mit auch sehr ikonischen Collectibles. Der ganze Job wird am 13. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und wir sehen hier ein Collectible, was sehr, sehr ikonisch ist und was viele OGs vielleicht sogar noch kennen. Und zwar nämlich von der Startbild-Seite Kaiju Toki Morn. Das Ganze wird hier eine Kammern sein. Unter anderem würde das Ganze hier ein Listenpreis pro Blindbox von 13 Gems sein. Außerdem hier ein Editionzahl von 2.650 Stück. Natürlich hier eine Con-Exclusive. Als nächstes haben wir hier dann ein weiteres Collectible, eine Uncommon. Das Ganze wird hier ein Editionzahl von 1.850 Stück haben. Im Anschluss haben wir ein weiteres Collectible. Das Ganze wird eine Rare sein. Hier haben wir ein Editionzahl von 1.450 Stück. Alle Collectibles sind natürlich an dieser Stelle eine Con-Exclusive. Als nächstes haben wir dann eine Ultra, hier eine weitere Variante von Kaiju. Und das Ganze wird eine Editionzahl von 1.050 Stück haben. Und als letztes haben wir dann natürlich auch eine Secret. Diese wird eine Editionzahl von gerade mal 750 Stück haben. Für mich persönlich ist das definitiv ein Dorp, den ich skippen werde. Einfach weil ich denke, dass man viele dieser Collectibles, die sehr, sehr nice aussehen, später mag zum Floorpreis oder tatsächlich sogar darunter bekommen könnte. Kommen wir aber nun zu einem weiteren Collectible von Tokidoki bzw. Tokidoki. Und darauf freue ich mich persönlich extrem, denn wir sehen nämlich den Kaiju Tokidoki Gold. Für mich persönlich auf jeden Fall ein Job, den ich mitnehmen werde. Das Ganze wird am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und hier sehen wir den Kaiju, wie gesagt, als Gold- und Silver-Variante. Das Ganze wird hier einen Listenpreis von 35 Gems haben und eine Editionzahl von 500 Stück. Und wird hier, wie gesagt, am Samstag um 19.00 Uhr deutscher Zeit dann auf der VWi-App droppen. Für mich persönlich, wie schon erwähnt, auf jeden Fall ein Job, den ich mitnehmen werde. Ansonsten kommen wir noch zu einem weiteren Thema, was mich persönlich sehr gefreut hat. Und zwar nämlich das letzte VWi-Deutschland-Treffen in Naila. Grüße gehen auf jeden Fall raus an jeden Einzelnen, der am Start war. Es war ein sehr, sehr schönes Event. Viele Leute wieder gesehen und auch neu kennengelernt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste VWi-Deutschland-Event im nächsten Jahr. Und freue mich auf jeden Fall weiter hier neue Gesichter auch von euch aus der Community kennenzulernen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle heute auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wie ihr schon mitbekommen habt, ich werde, wie gesagt, nach New York fliegen. Deswegen wird es in dieser Zeit jetzt vom 12. bis zum 21. Oktober, beziehungsweise 22. Oktober, sehr happig Videos geben. Beziehungsweise über die Zeit der New York Comic Con auf jeden Fall sehr viele Livestreams. Und darüber hinaus werde ich dann schauen, wie ich das mit Videos schaffe, da ich tatsächlich noch in New York bin und dort etwas Urlaub mache. Und dementsprechend verzeiht mir auf jeden Fall, falls dort nicht die Videos super aktuell sind. Danach wird es aber natürlich weitergehen, wie immer. Und dementsprechend wünsche ich jetzt auf jeden Fall euch da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag und guten Abend und bis dann, euer Käpt'n. Ciao, ciao.